Hallo meine Gs und herzlich willkommen zurück zu DOOM! Die Tastatur habe ich jetzt mal sauber gemacht. Jetzt sollte es doch hoffentlich mal wieder klappen. Mit Doppelsprung. Es tut mir echt leid, dass ich die letzte Folge so bitter abgekackt habe. Was heißt so bitter abgekackt, aber halt weil... Yo! So, Zap! Raketenwerfer raus jetzt hier! Bam! Bam! Weil es so schön war, gleich nochmal! Fress es! Bam! So, komm! Wo bleibt dein Bruder? Du willst doch auch ein paar auf die Wangen. Das sehe ich doch schon. Komm, komm! Komm zu Papa! So! Für dich! Kriegst gleich noch eine! So! Zap! Haha! Jeder wie er es verdient. Jetzt kommen wir grad nochmal hier. Liegt hier noch Munition? Nein! Gut! Und dann... Gehen wir mal raus! Plasmagewehr! Nice! Und dann fliegt jetzt erstmal hier gleich die Granate! Granate! Ach der! Zap! Nice! Tot! Tot! Stirb alle! Erstmal nochmal testen! Ja! Doppelsprung funktioniert! Mal sehen wie lange diesmal! Zap! Nice! Hier noch Munition! Jawoll! So! Dich nehmen wir nicht mit! Genau! Es läuft hier! Was mit dir da hinten? Du Nase! Ja! Stirb! Doppelsprung! Doppelsprung klappt! Voller Erfolg! So! Und diesmal vielleicht auch ohne sich umzubringen! Wir gehen grad mal kurz hier auf Raketen werfen! Weil da kommen jetzt die zwei dicken Vögel! Hier wo seid ihr? Hier komm! Da! Zap! Krieg's gleich nochmal einer! Und weil's so schön war! Gleich nochmal! So! Wo ist der andere? Und noch vorhin zwei! Ha! Ich renne halt auch immer wieder ins Feuer rein! Und wieder ins Feuer rein gerannt! Achtung! Aufpassen! Aufpassen! Und! Bam! Ich geh nix! Ich geh nix! Hehehehe! Boom! Jawoll! So! Da! Nicht ins Feuer laufen! Jawoll! Nice! Gib mir die USB Stick! Los! Danke! Äh! Äh! Ja! 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 Wo lang müssen wir? Süd! Okay! 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 Das heißt wir springen mal hier hoch! Doppelsprung! Lass mich nicht im Stich! Da runter! Wir gehen erstmal da runter! Nice! Zap! Okay! Wo sind wir jetzt hier gelandet? Aha! Das schaff ich nicht im Leben! Okay! Ah! Ich muss zwar hier springen! Zap zap zap! Hm! Schön viel Blut! Blut! Lecker lecker! Blut! Blut! Was bist du? Nein! Haha! Chili! Warum? Geil! Ja! Ich bin unverwutbar! Ja! Hätte mir auch beim Tollsprung auch nicht geholfen! Hehehe! So! Äh! Ist die Tür jetzt hier vielleicht auf? Tür! Bist du auf? Hallo! Tür! Lass mich rein! Der hat wohl keine Lust auf mich! Dort! Wo nie! Hepp! 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 Jawoll! So muss das laufen! Weiter! 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 Das heißt, wir hüpfen jetzt mal hier weiter! Oh! Oh! Wie das läuft bei uns! Oh! Hallo! Hepp! Farben! Immer aufs Auge! Äh! Du musst kurz was... Besser hätte ich die Grafik anstellen, dass ich nicht laufen könnte! Können wir hier noch was machen? Schaffen wir das da rüber zu springen? Ne! Oder? Ne! Aber! Da lang! Da lang! Ne! Schaffen wir auch nicht! Wir laufen einfach mal weiter! Wir laufen weiter! Wir laufen weiter! Dün-dün-dün-dün-dün-dün-dün-dün-dün! Oh! Fünf Minuten rum! Chili ist noch nicht tot! Ja! Und es geht schon wieder los! Damm-damm-damm-damm! Das darf ja wohl nicht wahr. Ja, nee. Ist klar. Hallo. Hallo. Stirb. Ja, war gemein. Oh. Oh. Ja, was ist denn mit dir? Stirb. Danke. Hallo. Bei dir noch alles gut im Kopf? Schnauze. Ja, genau. Jo, 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 jo. So kann man halt auch mal schießen. Ja, genau. Ja, genau. Weg. So, der Erste. Er geht mir schon ein bisschen auf die Plots hier. Danke, brauche ich. So, der Zweite. Wo ist das ganze Kleinfisch? Kinder, wo seid ihr? Papa will spielen. Oh. Aber nicht mit dir, Digga. Jo. Danke. Ho. So, der Kopf ist weg. Hä? Ja, Digga. Lass mich doch mal. Danke. Höp. Höp. Komm hoch. Genau. Ruf in den. Nein. Das wollen wir. Genau. Ja, komm. Wie schnell bist du denn, Digga? Okay, weg, 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 weg. Weg, weg, weg. Ha? Weg. Oh. Oh. Hi. Oh, gut, gut, gut. Alter, was ist denn hier los? Vielleicht hätte ich es doch nicht auf Mittel probieren sollen. Oder vielleicht durch, oder vielleicht nicht. Das weiß man nicht. Hier war doch voll noch. So, wo ist Klaus-Peter? Klaus-Peter. So. Irgendwann kurz hierhin. Ho. Ho. Hoch, hoch, hoch. Weg, weg, weg. Ich habe doch vorhin hier noch was gesehen. Was war hier? So. Wo habe ich das gesehen? Ja, wieder halb blind durchs Spiel gerannt, Mann. Da habe ich es gesehen. Hast. Genau. Hast. Was ist mit hast? Ho. Papa. Jo, jo, jo. So, weg mit dir. Genau. Äh. 5. Hilfe, Hilfe, Hilfe. Ah, schmeckt's, ja? Ah, schmeckt's, Big Booter. Zap, so. Speicher, Punkt. Ach. Oh, dieses Spiel, das macht mich verrückt, das macht mich verrückt, das macht mich verrückt, das macht mich ganz kirre. So, erstmal Munition hier einsammeln. Genau, zap, nice. Einen haben wir endlich mal wieder mit der Kettensäge getötet. Hat doch lange genug gedauert. So, laufen wir da lang. Oh, super, hier ist noch Medizin, nice. Da ist noch Muni. Sie ist voll. Äh, ja. Okay. So. So, jetzt gehen wir mal kurz auf die Karte, jetzt haben wir ja grad kurz Ruhe. Das schon mal tut euch auch schön. Da ist ein Männchen. Da ist ein Männchen. Ich mag das Männchen haben, Peter. Männchen, komm zu mir. Das heißt, wir laufen mal da lang. Äh, 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 äh. Okay, so, dann. Hier muss doch das Männchen sein. Ihr habt das Männchen doch grad gesehen. Da ist das Männchen. Okay, okay, okay. Wie kommen wir hier schon wieder hin? Oh, das war knapp. Ähm, ja, okay. Hä? Wo kommst du denn auf einmal her? Alter. Wo kam er denn jetzt auf einmal her? So, wir laufen hier wieder rein. Tipptopp. Guck grad noch mal kurz auf die Karte. Oh, ich glaub, wir müssen... Hier lang. Okay. Moni, moni, moni. Ich bin schon wieder komplett verplant. Ich bin schon wieder komplett verplant. Hilfe! Äh, hier lang, hier lang. Okay, wir holen uns erstmal kurz hier doch. Ich... Cut, Aktualisierung. Nice. So, wir laufen trotzdem erstmal da runter. Und da kommen wir. Ah, pappam. Nice, mon. Ja, dann würde ich mal sagen, wir haben Spaß. Schwäche mit den schweren Stürmen der drei Höllenritter und führe den Tod von oben. Oh, oh, okay. Okay. Das wird... Das wird... Äh, ja. Schwierig. Aber so kennt ihr mich, so liebt ihr mich. Und so hast ihr mich. Ach, ja. Ja, ich hab das schon verstanden. Wovon die Zeit... Und führe dann... Tod von oben. Alles klar. Das klappt 100% wieder. Das sag ich dir jetzt schon. Wo sind sie denn? Ja, genau. Ja, genau. Dicker, dicker, chillen, 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 chillen. Bin ich jetzt gerade echt schon wieder? Ich werde nicht getötet. Ich töte mich selbst. Das ist mein Auftrag. Echt jetzt? Alter. 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 Ja, das kann man halt auch mal machen. Einfach daneben springen. Kann man mal machen. Muss man halt, kann man. Oh, ich ziehe heute wieder hier. Das ist unglaublich. Okay, auf ein neues. Ihr müsst euch immer das so überlegen. Höh. Mann. Ho. Ho. Ich steck hier fest. Der war doch von oben. Äh, ja, das hab ich clever gemacht. Der war doch von oben. Hä? Erstmal Muni hier. Jo. Digga, so nicht. Hilfe. Lass mich weg. Ich steck's nicht. Der war doch von oben. Wann und ihr haut jetzt mal bitte ab. Danke. Ihr geht mir sowas von aufs Lauch hier jetzt. Mann. Ho, 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 ho. Ja, gut, das war's. Jo. Hä? Tod von oben. Ich stell mich grad hundertprozentig wieder arg bescheuert. Hundertprozentig. Das darf man eigentlich nie veröffentlichen wieder. Hä? Und Chili hat es, hä, wiedergefunden. Ich versteh's nicht. Entschuldigung. Aber ich hab. Habt ihr noch von oben getötet? Oder? Ach, ich, hä, warum? Warum bin ich jetzt raus? Das. Honk, 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 honk. Also. Dann. Jetzt sitzen wir wieder rein. Jetzt sitzen, sitzen wir wieder rein. Oh, man, oh, man, oh, man. Auf ein neues. Oder muss ich zweimal springen? Prüfung starten. Muss ich zweimal springen? Das ist schon wieder alles viel zu kompliziert für mich. Jetzt gleich mal auf die Backen hier jetzt. Uff die Wangen kriegst du jetzt, Mann. Ich hab gesagt, du kriegst uns mal gehörig uff die Wange. Yes. Yo, 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 yo. Bruder, Bruder, Bruder. Bam. So, damit du auch gleich weißt, wo der Hammer hängt. Und du haust ab. Danke. Na. Yo, 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 yo. Okay, okay. Oh, du kleines, wieses. Ich hab keine Mutti mehr. Nein. Wie pimmelisch ist das denn? Weg, 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 weg. Danke. Danke, danke. Boah, geschafft. Nice one. Also, das nächste Mal einfach zweimal springen und dann klappt das auch. Oh Mann, oh Mann, oh Mann, oh Mann, oh Mann. Ah, ja, 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 ja. Da, 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 da. Los, lad schneller. Lad schneller jetzt. Sonst geht's auf die Wange. Ich sag's da. Ah, zweimal springen. Das erklärt schon einiges. So, mal gucken, was wir diesmal gekommen haben. Hm, wir gehen hier mal. Die müssen neu sein, oder? Erzähl ein Glorikiller aus großer Entfernung. Erhöhlt die Entfernung. Aus der Suche und Fini. Ah, alles klar. Du führst für uns sonst. Äh, ne, ba, ba. Suche und Fini, die Erzählung der Glorikiller. Ja, gut. Ne, 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 ne. Nö, wir lassen das erstmal so, wir lassen das erstmal so. So, dann gehen wir auch kurz auf die Karte. Und. Da ist das Mensch. Ich will das Mensch. Okay, ist das Mensch, wenn ich da hochlaufe? Bestimmt. Ich muss da hoch, gell? Ich glaube schon. Und dann. Laufen wir mal. Hä? Nicht da hoch? Nö, wir laufen nicht da hoch. Wir laufen hier hoch. Dum, 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 dum. Und, dum, 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 dum. Alles klar. Das sieht zumindest mal extrem episch aus. Von daher. Wenn es euch gefallen hat, lasst einen Daumen nach oben da. Wir sehen uns in der nächsten Folge. Bis dahin. Tschüss. Tschüss. Tschüss.